Musik 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 Mitkommen Mitkommen Wir waren hier schon Lassenhaus, komm mit Komm mal rein, bisschen geschützt Musik Nein, du musst nicht hier bei mir bleiben Ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen Wenn du meinst Sicher? Bist du dir wirklich sicher, meine Kleine? Ich weiß nicht so recht Also theoretisch ja, aber praktisch Ernie, ich muss gestehen Ich liebe dich Also ein bisschen zumindest Hier Und Sehr gerne, ich denke Wir machen beim nächsten Mal weiter Wenn es wieder heißt Phony Home Dann werden wir auch das Kriterium finden Das Liken, Teilen, Kommentieren, Abonnieren, Abonnieren, nicht vergessen Herzlichen Dank dafür Weil kostet ja nichts Mit supporten, weil YouTube ja aktuell Auf Likes und Kommentare geht Deswegen wäre das mega lieb von euch Denn, ja, mir macht Spaß Und wenn es euch auch gefällt, das ganze wäre es halt einfach nicht Was teilen würde Ich gucke auch immer, dass mir ein bisschen Mühe Gibt mit Intro und Outro Und mit Bumschnippeln Und mit den Farben Und der Qualität Und ich hoffe, das ist alles soweit verständlich Wenn ihr aber Verbesserungsvorschläge habt Gerne sagen, gerne in die Kommentare schreiben Da habe ich gar kein Problem damit Nein! Okay, dass ihr mich ertragen müsst Als Kommentator, ja Gott, okay Das ist halt ein Nachteil Letztlich auch nicht abschalten Aber auf jeden Fall Danke fürs Zuschauen Und in diesem Sinne Auf Wiederhörensehen Tschüss! Sehr geehrte Damen und Herren Ich heiße Sie herzlich willkommen zurück Am Stück bei Phoning Home Nach Hause telefonieren Komm Annie Hey, möchtest du Verstecken spielen? Ich krieg dich Nein, du spielst kein Verstecken, Kleine Hucha Ähm, wir müssen immer noch Warte mal, aber war mir hier Dann war mir hier schon, ne Noch die, die, die Anderen Kristalle finden Das kann natürlich jetzt eine Sucherei geben Aber wenn wir schon mal hier sind Kann man kurz gucken Was wir haben noch an Materialien Äh, Reparatur-Kits Haben wir fünf Schauen wir nochmal her Platinreiniger Braucht man jetzt glaube ich Nicht unbedingt Immer Treibstoff haben wir drei Würde ich ja nochmal einen herstellen Haben wir vier jetzt Energiepacks Nein, gleich mal schnabulieren Kleine mal einen herstellen So, und gucken, dass wir hier Ein bisschen Material wieder finden So, weil da drüben Ich würde die Röhrchen Gib mir bitte die Röhrchen Uh, uh, uh Ich hoffe aber auch, dass wir echt Jetzt hier alles soweit Haben wir Oh, fünf Stück Krass, sind wir aber voll Dass wir, ähm Dass, äh, auf dem richtigen Weg sind Um das ganze Kriterium Zeug zu finden Hucha, hallo Ganz ruhig Brainer Ganz ruhig Ganz ruhig So, das haben wir Das haben wir voll Wobei, Platiner, äh, äh, äh Rostschutz kann man nie zu wenig haben Ehrlich zu sein Wir wissen nie, wann wir wieder wohin kommen Und Material zu kriegen So, okay Voll Passt Deswegen müssen wir jetzt echt schwer abluten Was geht Äh, wird ein Gebäude sein Uku Ach, da ist das gewesen Gut, gut, gut Brauchen wir grad nicht Die brauchen wir, glaub, weder Ne, ich hab mal auch voll Aber was ist das andere Zeug Fahren wir einfach mal durch Annie durch Wie ist grubellos Süß Ah, da ist es Ah, dann gehen wir mal Das Schwarze davon Das ist dahinter, wahrscheinlich Lalalala Flup, jup, da ist es Ach, das ist voll Uku Gut Da haben wir da ein Röhrchen War nur das andere Zeug Aber wo ist das alles Davon haben wir das Holz Ne, das ist jetzt einfach mal Ganz heimlich und leise Kriterium Ich hoffe, wir müssen ja jetzt echt nicht Eppchen Kreislauf machen Hier waren wir schon Das kann natürlich aber echt Die Todessuche werden, ne Ich sag's nur Wer lässt dich Ressourcen gibt's ja genügend Ressourcen sind nicht das Problem Eher habe ich Angst, dass wir permanent im Kreis laufen, wenn's ganz doof Entschuldigung läuft Wo ist das Holzzeug? Ach da Perfekt Hammer voll Hammer voll Gut Den Stil können wir noch lesen Müssen wir uns umschauen Was steht da dran? Lese die Spuren Wandere auf den Weg Zu den Sternen Oh, ich glaube hier waren wir schon mal Das ist schlecht Ich bin hier schon mal warm Ach, jetzt würde ich grad sagen Jetzt stell dich nicht ein, Alter Ab Aussammeln Zip Alles mal voll Wir können den Pasta wieder hochgehen Und gucken wir, ob's da noch irgendwas gibt Das ist jetzt halt echt ne Sucherei, ne Da kommen wir nicht mehr drum rum Tja Jetzt mal ein bisschen Gas Da haben wir noch ein Röhrchen Ich glaub Röhrchen hat man noch nicht voll, oder? Doch, Röhrchen war voll Sonst ist mir vor Bäh, vorbeigelaufen Jaja Da ist nix Hier mal Richtung Süden Jetzt können wir natürlich farm gehen Das ist natürlich mega Da hab ich mir nicht die Lust drauf aus Bleibt uns da nix anders übrig Andy, kommst du hinterher? Ich bin ja froh, dass wir die nicht noch mit Energie versorgen müssen Dass sie in der Hinsicht autark ist Das klappt mit dir? Good War ich an dem Raketenteil eigentlich schon? Ich glaub's nämlich grad nicht Ich glaube es gerade nicht Ich glaube es gerade nicht Da hätten wir aber ein Portal Ja, ja Andy, ich weiß, wir kommen's nicht hinterher Kann ich kurz ruckgepackt nehmen Komm mit Ja, hier sieht's gut aus Hier gehen wir einfach mal runter Flups So, und abstellen Kommst du? Gespeichert, sehr schön Knarre mal bereit machen Ok, down, sehr schön Ich kann mir die Wüste einfach nicht als Ozean vorstellen Ja, das glaub ich dir Ok, ist down, gut Aber krass Aber die Größe des Schiffswracks sollte zumindest auf ein Meer ausbluten Das ist aber böse Ich würde hier mich aber trotzdem gerne noch ein bisschen umschauen Nicht, dass wir hier etwas übersehen Das wäre natürlich jetzt Nicht recht Vor allem, warum sind wir so viele Viecher? Nur mal so am Rande Dann muss hier was sein Vor allem da vorne will ich mich gerne umschauen Wobei, kann man nix nicht drauf an Scheiß drauf Wenn du uns nix seht Und nix von uns willst Das ist uns gerade recht Können wir uns Energie sparen Eigentlich macht das ja Spaß Gestörte Radiosignale zu sammeln Im Gegenzug muss man da hin kurz Da liegen eigentlich Materialen rum, die wir brauchen Für spätere Sachen Gut, kommen wir da Bevor wir uns entdeckt Ich bin kein interessiert daran Oh, sorry, ich habe es nicht vorgelesen Ich hoffe, ich konnte es lesen Und nichts geht über unsere Kongress Nächstes Mal kommst du mit Ok Wenn du meinst Von mir aus Komm schon Ok, da und da Fack Sehr schön Erzähle Assister nicht Aber ich schaue mich gerade nach Was Repräsentativen um Oh fuck, da sind Löcher Ja Entschuldigung Glaubst du nicht, dass ich eine grössere Knarre brauche? Doch Pass mal Strahler Pass mal Strahler Aber du gab es noch mehr Kriterien Wie viel haben wir jetzt? 12, 35, 100 Je mehr du sammeltest Je mehr du sammeltest Je mehr denke ich Dass du dich um mich sorgst Interface By the way Erstmal E Wobei, ne doch Warte, ich muss ja mit dir quatschen Plasma Strahler Brauchen wir nur noch das Teil Ok Das war's Gut Lass mal Strahler Ja Kriegste Dann gehst du noch einmal Rastschutz Vorsicht, ihr Trampler Triterium, da drüben haben wir es Oh, die Accessoires eröffnet Oh ja Wie viel brauchen wir gleich noch mal? 12 Wie viel haben wir? 10 dann mit dem, ne? Das ist genug Kommt zurück und sammelt noch ein, was am Weg liegt Ich setze mich ab Es gibt neue Portalaktivität im Norden Ich setze einen Marker Die kann die killen? Oha Gehst du ab? Da drüben will ich nicht hin, da sind riesige Echsen Verzichte Komm einfach mit Das ist genügend Ich habe nicht gesagt, wir brauchen 12 Ich habe gesagt, wir bräuchten 12 Verstehe das nicht Wollen wir doch weniger? Gut, ich habe damit kein Problem, aber ich finde es halt nur merkwürdig Merkwürdig So Energie lutschen So Aufsammeln erstmal noch alles, was geht Hammer voll, Hammer voll Cool, wenn es genügend ist, okay Keinen Stress mehr, aber ich würde den Teleportracker nutzen auf jeden Fall Ich weiß nicht, wo wir uns hinbringen Wir speichern vorher nicht, dass wir im Arsch der Welt sind Noch weiter weg Mit dem Glück haben wir auch ganz in der Nähe Komm schon meine kleine Annie Och jetzt guck doch nicht so traurig Das kleine Bild rechts unten immer Guck immer so traurig 18, 15 10, 8 Ach da ist sie, okay Komm, 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 rum und die Löcher Wenn wir langsam dran vorbeisneaken, geht es dann? Nee, bebt trotzdem Okay, dann draufgeschissen Ah, mit dem Plasmastrahler können sie die wenigstens platt machen Dann müssen wir nur schützen und uns eigentlich schützentheoretisch vor sich stellen Na? Hängt mal wieder, Fräulein Jetzt kommst du mit, ist mal zu doof Ich brauche jetzt wieder unendlich viel Energiegefühl, aber ist ja egal Immer diese Rumtragerei von dir Immer wieder, Annie Ich du Kleines Was denkst du darüber? Ich finde dich knuffig Ja, ja Was du nicht alles knuffig findest? Nee, 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 nee Guck mal, ich erblehung Zufür dich hier nicht zu schwonen So, ich lass dich da mal hier runter Ich hoffe es klappt mit dir dann So Wir speichern dann mal da wieder Und rein mit uns 113 Sehr geil Sehr, sehr geil Läuft Die Bäume klingen natürlich verlockend Aber nur, wenn dir das Gift nichts ausmacht Äh, ja I hope so Tag 8 So, jetzt müssen wir in den Porter rein, ne Ja Die haben doch gesagt 12 Ist ja mal nur 11 Na gut, da flüßt in der Wind in den Bäumen Na, gehen wir mal rein Selbstvergessen Freigeschaltet Nachiv, Mensch Sehr schön Ein weiteres Rätsel, das ich nicht lösen kann Warum gibt es hier so viele Meteoriten? Keine Ahnung, sag gut so Das schwere Feld dieses Planeten ist außergewöhnlich Ja Mehr Kriterium Ich muss sagen, dass ich schon ein bisschen stolz auf Iron bin Obwohl ich fürchte, dass Sister recht hat Wir freuen uns auch, dich zurück zu haben, Arni Wir haben einen neuen Auftrag für euch Da sind ein paar Portale im Westen, hinter dem Lavagraben Sie führen vielleicht in andere Gegenden dieses Planeten Orte mit mehr Tetrierium Oben im Dorgen gibt es einen Höhleneingang Die Höhle führt womöglich nach Westen Du hast einen neuen Wegmarker Finde einen Weg durch die Höhle Und wo ist Annie? Wo ist die jetzt nicht mehr da? Ist die schon dort, oder kommt die dann hinterher? Na, wie verhält sich das Ganze? Jetzt gucken wir erstmal, wie wir da rüberkommen Das heißt, wir gehen erstmal so weit rüber, wie es noch geht Ich frage mich trotzdem grad, wo Annie ist Oh, sehr schön Haben wir schon lange nicht mehr gehabt In der Form Immer nur so in Kisten Finde ist trotzdem grad etwas merkwürdig Wisst ihr noch, unsere Anfangswaffe, das Rohr? Hihi, voll süß Schon ewig nicht mehr benutzt Okay, guckt mal einer das an Gut, gekillt, perfekt Ich wackel da immer halber mit dem Stuhl mit Oh, kann man auch sammeln, sehr gut Und hier, haben wir voll Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir rüberkommen Hier haben wir Stahl Das könnten wir theoretisch nutzen Haben wir voll, gut Also jetzt nicht geplant, ich würde eigentlich hochkommen Wir müssen irgendwie da rüber Question ist immer noch, wie? Ich vermute ja auch stark mit dem Teleport Frage ist nur, wo wir denn setzen Frage ist nur, wo wir denn setzen Frau mich grad, trotzdem unsere liebe Annie ist Ahm, bam, bam, bam Oh Meine Instrumente zeigen da unten eine große Höhle Erkunde sie, aber vorsichtig Es ist ein tiefer Fall Für solche Situationen haben wir den Kinetikdämpfer entwickelt Stelle einen her Okay Kabelsatz Der Kinetikdämpfer ist riskant Aktiviere ihn im Fallen, kurz bevor du aufschlägst Aber nicht schon zu hoch in der Luft Genau im richtigen Moment Oh Gott Oh, ich bin tot Oh, ich bin tot Ja, links liege ich voll idiot Oh, ich bin blöd Ja, wiederholen Schnell speichern Wow Wow Andy, ich weiß nicht, was du grad geledet hast Unbekannte Entfernung Okay, müssen wir uns definitiv erstmal reparieren Brauchen Energie Dann können wir noch Energie herstellen nochmal kurz So Dankeschön Ippi, ich fliege Was? Du musst Arni finden und retten, Aion Sie ist unsere einzige Hoffnung, genügend Tetrarium zu finden Ja Ah Wack jetzt bloß nicht mich fallen zu lassen Oh Gott Das blöde Vieh, der Vogel hat zu